Ladies and Gentlemen, it's time for Krizzly TV. Das wird sich jetzt wieder ändern, weil ich war den Februar über war ich eigentlich komplett krank gewesen und hatte da auch wenig Lust und Zeit und Bock da, während ich krank bin, da Aufnahmen zu machen oder zu zocken. Ich muss die Kopfhörer noch ein bisschen leiser machen, das hört sich schon besser an. Ja, wie gesagt, ich war krank gewesen und ich hatte da, oh scheiße, keine Lust gehabt irgendwie irgendwas aufzunehmen und dann kam die Trennung noch dazu und dann war ich den März überhaupt beschäftigt mit mir selber. Deswegen kam von mir so lange nichts, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll, was wir machen oder was ich mache. Ich muss das hier heute mal so ein bisschen mit den Bots machen. Ich habe unmöglich die Map voll zu kriegen, die Rush Map, das ist unnormal. Irgendwie will die keiner spielen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich jetzt eingestellt mit Bots zu zocken. Alter. Anderser kriegen wir Team Deathmatch dann mit der Map nicht fertig. Jedenfalls wird da jetzt noch einiges kommen. Dieses Jahr auf jeden Fall. Und ähm... Hey, von wo denn? Ah, da unten. Und mal gucken, wie weit mich das hier Ganze bringt. Jedenfalls habe ich jetzt glaube ich drei Spieler, 200 Kills, ne 250 Kills und 20 Minuten eingestellt. Ich hoffe, die sollten... Die sollten reichen, denke ich. Ein bisschen gegen die Bots zu zocken hier. Hm. Ja. Das, äh, nach... Na, 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 na. Verreck, verreck, verreck. Ja, da war doch noch einer. Nach Black Squad wird es jedenfalls keinen Shooter mehr geben. Also, ich hatte nicht vor, nochmal einen Shooter zu Let's Playen. Und... Ne, so nicht Kollege. Und werde mich dann eigentlich hauptsächlich nur noch auf Euro Truck Simulator konzentrieren und... Na, wo ist er? Und, ähm, mit... Zwei weiteren Personen... Ähm... Irgendein Zweifel-Game oder irgendwie sowas, äh, Let's Playen. Der Rest wird sich halt hauptsächlich darauf konzentrieren, was ich so anderweitig mache. Das sei denn, es kommt irgendein Shooter, der mich vor ner Socken haut, wo ich sage, der ist es. Den muss ich jetzt unbedingt. Unbedingt Let's Playen. Dann werde ich das natürlich tun. Aber bisher habe ich noch keinen weiter gefunden. Ey, wo stand der denn? Aber egal, das kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Jedenfalls bin ich jetzt wieder da. Und das wird jetzt auch so bleiben. Und dann... Wirds jetzt wie gewohnt jeden Montag... Oh. Da stand er hinter mir. Und dann schauen wir einfach mal... Was es... Noch gibt. Lasst euch überraschen. Wirds so einiges geben. Äh... Aber... Mit der einen Sache kann ich erstmal noch nicht weiter verfahren, weil ich erstmal meinen Führerschein abgeben muss. Verdammte Scheiße. Was ist die aushalten, ne? Da messert der mich. Verdammte Axt. Haha. Heftig. Deswegen muss die eine Sache noch ein bisschen warten, aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Ich habe es jetzt schon so lange nichts mehr gemacht, ey. Das ist schon... Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ups. Aber ordentlich geschluckt hat er auf jeden Fall schon. Das würde man gar nicht meinen, dass die Bots hier so, ne? So... Verschlafen sind. Äh... Einmal geduckt und weg ist er. Ich hoffe, das haut jetzt auch zeitlich alles hin. Äh... Wer schmeißt denn jetzt diese Rauchgranaten von euch? Erstmal wieder reinkommen. Mit meinem PC habe ich auch angefangen aufzurüsten in der Zeit schon mal. so ein bisschen. Haha, duckt er sich einmal tot. Hehehehe. Sehr geil. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine, äh... Na ja, schöne. Mehr oder weniger erfolgreiche Ostern. Das war ja auch wichtig. Das kam ja auch noch dazwischen. Ostern. Ich wollte eigentlich Ende März wieder anfangen, aber dann kam Ostern dazwischen und war ich wieder nicht da und dann... Ach, alles scheiße. das... alles zeitintensiv. Das... alles zeitintensiv. Nick Mackenso. Kann ich zum Schweden messern? Nick Mackenso. Nick Mackenso. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal... Du hattest nicht mehr viel. Ähm... Team dürfen wir jetzt zu Ende machen. Jetzt. Ey komm, eine Kugel hat gefehlt. Ja? Hättest ja mal aus Kulanz einfach umfallen können. Äh... sind dann bloß nach Rush sind das jetzt bloß noch zwei. Das wäre dann einmal outskilled und... äh... Wären jetzt sind nur noch zu machen. Danach sind wir mit Team Deathmatch durch. Und danach machen wir dann den nächsten Mod. Da weiß ich aber noch nicht welchen. Hm. Da kann ich noch gar nicht sagen welchen ich da machen wollen würde. Da wird sich zeigen welchen wir machen. Ich bin zwar von der falschen Seitenpinster. Oh, wie die schon gewartet haben. Wärme basierte Spielerfiguren. Schon krass. Vielleicht äh... Zerstörung oder so. 15 HP nur noch. Zerstören glaube ich. Oder irgendwie sowas. Ach nee, zerstören. Das war halt das mit den Kisten glaube ich. Ach, ich bin schon so lange raus. Ich habe nicht mal mehr eine Ahnung welcher Mod hier wie heißt. Und dann... Vielleicht kommt noch irgendwas anderes nach Black Squad. Weiß ich noch nicht. Aber... Shooter hatte ich jetzt so direkt nicht noch mal vor. Zu machen. Ey, jetzt schieß es noch einer. Ich wüsste auch nicht was. Ich wollte eigentlich noch Kommen mit Arms machen. Aber Kommen mit Arms ist irgendwie... Nimm noch die Knarre in die Hand. Kommen mit Arms ist voll für'n Arsch. Sowohl das Reloaded als auch das Classic. Kann man alles nicht mehr gebrauchen. Jedenfalls mein letzter Stand von vor zwei oder drei Monaten. Dann muss ich auch erstmal wieder reinkommen in das Ganze. Dann muss ich auch erstmal wieder reinkommen in das Ganze. Da hat der jetzt schämt doch. Oder was meint ihr? Der hat mich doch schon kommen sehen bevor ich da war. Aber anders hätten wir die Map nicht zocken können, Leute. Ich habe keine Spieler reingekriegt in die Map. Und du kannst doch nicht mehr viel haben. Wo bist du denn jetzt hin gerannt? Hallo. Okay. Anders hätten wir die leider nicht zocken können. Also ich habe keine Leute reingekriegt. Die sind rein, raus, rein, raus. Aber keiner wollte diese Map zocken. Ich hoffe das ist dann bei den nächsten Map anders. Und dann... Jawoll. Sollten wir das hinkriegen. Aber scheint doch zeitlich zu passen. Also wir nehmen jetzt gerade elf Minuten auf. Okay, zwölf. Die paar Sekunden. Und... Ähm... Doch, haut hin. Könnte hin auch. So, nehmen wir jetzt mal die A, C, E, A, G, L. Ähm... Doch, haut hin. Könnte hin auch. So, nehmen wir jetzt mal die A, C, E, A, G, L. Ei, 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 ei. Und wo? Au, au, au. So, du, 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 du. Guck mal, er wartet auch bis ich vorlaufe, ne? Ne, was ist los, Junge? Kannst auch mal angreifen. Lass mich doch nicht immer vorlaufen. So, du wirst von der Seite erschossen. So schnell kann das gehen. Oh. Das war mal wohl doch zwei zu viel. Hm. Das steht hier ne Ecke. Das tut gar nichts. Junge, wir sind im Krieg. Huch. Eigene Doofheit. Jetzt verpissen sie sich hier aus dem Raum, oder wie? Oder was war das gerade? Los kommen die... Die paar Kills noch, Leute. 25 Kills noch, Leute. Hucha. Lock mich nicht. Werden wir wohl hinkriegen, oder Gott? Die 25 Kills noch rumzudrittieren. Ja. Auf jeden Fall wird es ab jetzt wieder jeden Montag eine Folge Blacks... Bläh. Blacksquad geben. Und... Oh, gleich zwei Stück. Juhuhu. Wie lauig. Und, ähm... Ja, genau. Ich schieß auf dich ein, Junge, und du stehst da wie Rambo im Film und schlitzt mich einfach weg mit einem Hieb. Von hinten in den Kopf. Das heißt nicht... Das heißt nicht Inderclub, sondern das heißt Interkopf. Oh, schnell weg, da kam einer. Wuhu. Da sind wir auch schon fertig mit der Runde. 250 zu 55. Wie hab ich denn abgeschnitten? Wir sind genau bei 15 Minuten und paar Sekunden. Sehr schön. Höchste Wertung, knacki. Die meiste Tötungen, knacki. Ja, wer auch sonst? Wer haben wir denn gespielt? 115 zu 29. Kann man sich... Kann man sehen lassen, so, ne? Ja, wenn's äh... Quatsch. Wie gesagt, ab jetzt gibt's nix... Jeden Montag eine... Black Squad, bis wir fertig sind, bis wir durch sind mit allem. Und dann... Boah, mein Hund hat gefurzt. Puh. Dumme Sau. Wenn ich bis da nicht vergast bin, sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da, wenn ihr der Meinung seid, es hat euch gefallen. Und ansonsten bis nächste Woche Montag. Haut rein!